Jetzt gibt es, wir haben da gerade auch noch kurz drüber gesprochen, dieses Body-Positivity-Movement. Und da gab es auch vor ein paar Wochen, im Monat oder so, ist diese 13-Fragen-Runde. Mein Bruder war da, normalerweise ist es 3 gegen 3, es war Surprise, Surprise, 5 gegen 1. Und ich habe das die erste Hälfte gesehen und ich konnte danach nicht weitergucken, das war so hart. Wie war das für dich? Das hat mir schon wehgetan. Also dein Bruder hat in dem Fall Fakten rausgehauen und ich bin da auch voll bei dem. Es ist ja Fakt, es ist ja nicht so, dass es eine Meinung ist. Es ist ja wissenschaftlich fundiert und dass dann diese adipösen Menschen es so darstellen, als würde das nicht stimmen, was mir auch auf jeden Fall nicht gefallen hat, dass das Thema psychische Erkrankungen aufkam, was ja stimmt in meinem Fall, ich bestätige das ja auch, dass man aufgrund dessen psychische Erkrankungen entwickelt, was das ja natürlich auch nochmal hervortriggert und hervorruft, aber auch nach meinem Anspruchsdenken, dass es in den meisten Fällen ja auch so ist, dass man eine psychische Krankheit schon hat und dass überhaupt der Grund ist, dass man so massiv übergewichtig wird, je nachdem, wie stark übergewichtig man ist. Und dass diese Menschen das einfach nicht wahrhaben wollen und das einfach so darstellen, als würde das nicht stimmen, zeigt einfach, dass sie sich selber nicht auseinandersetzen wollen, meiner Meinung nach. Also ich finde es ja schön, dass sie diese Body-Positivity-Werte haben. Ist das schön? Ist Body-Positivity sozusagen, du bist, wenn man das jetzt so beschreiben soll, du bist schön, egal wie du aussiehst sozusagen. Was ist Body-Positivity für dich? Ja, Body-Positivity, wenn das äußerliche Merkmale sind, die man nicht ändern kann, irgendein Handicap, dass das wirklich so bestehen bleibt und man muss die Reinheit finden, man muss anfangen, an sich selber zu arbeiten, Selbstliebe zu erlangen, ein Selbstwertgefühl zu bekommen, dann ist es top, wenn es wirklich Menschen sind, die äußerliche Merkmale haben, die sie sehr behindern. Aber bei einer Sache wie starkes Übergewicht, Adipositas, ist das nicht von Vorteil, sich dahinter zu verstecken. Viele machen das als Schutzmechanismus, um sich nicht mit den ganzen Problemen und Ängsten auseinandersetzen zu müssen, wie ja in meinem Fall, wie man ja auch sieht, die ganze Angst, die wieder hervorkommt, dass es mir so schlecht geht wie noch nie. Heilung ist nicht für jedermann, meiner Meinung nach. Das ist halt leider so, auch wenn ich am liebsten was anderes sagen würde. Und diese Menschen wollen nicht in ihr Inneres schauen, sich mit sich selber auseinandersetzen, mit ihrer Kindheit, mit traumatischen Erlebnissen, mit ihren Defiziten, aber tief in ihren Inneren, intrinsisch gesehen, wissen sie schon, da ist was. Ich fühle keine Reinheit, ich fühle keine Unbeschwertheit. Die Angst, die evolutionär gesehen aufkommt, dich nicht ruhen lässt, egal wie sehr du versuchst, deinen Kopf auszuschalten oder dich selber dahingehend anzuflunkern, kommt immer wieder auf und wird sich immer wieder auf eine Art und Weise äußern, sei es Panik, Attacken, sei es Fressanfälle. Und es ist einfach nur ein Schmerz, den man sich selber nicht eingestehen will. Und dann nimmt man diese Schutzhaltung an, diese Anti-Haltung, ihr könnt mir nicht, diese entgegengesetzte Haltung. Ich liebe mich so, wie ich bin, als Provokation, als Schutz vor den eigenen Emotionen. Aber das bringt einen nicht weiter, weil du kannst den Scheiß ändern, man. Du kannst es und dafür kämpfe ich auch und dafür sitze ich hier. Und dafür habe ich die Eier, die Hosen runterzulassen und meine Geschichte zu erzählen, auch wenn man nicht alles teilen muss, mit dem Hilfe holen oder was auch immer, weil ich daran glaube und weil ich heilen will. Verdammt, was soll das denn werden, wenn man so eine Body-Positivity-Sache in die Öffentlichkeit trägt, in diesem Ausmaß und sich nichts daran ändert. Ich bin einer, der das fühlt, der sich jahrelang versteckt hat, 200 Kilo fast wog, jahrelang nicht rausgegangen bin, mich nicht zeigen konnte wie diese Menschen. Und ich weiß, dass das Lebensqualität mindert. Gesundheit hin oder her, die psychische. Wir Menschen sind nicht dafür ausgelegt, so dick zu sein. Das ist nicht unsere Bestimmung. Ich habe für jeden Menschen Verständnis, dass das passiert. Ich bin sehr empathisch. Ich weiß ja selber, wie das ist. Ich verurteile keinen. Auch nicht dafür, dass sie diese Haltung an den Tag legen. Sie wollen aus diesem Schmerz etwas Wertvolles entstehen lassen. Sie wollen anderen Menschen helfen. Sie wollen etwas entstehen lassen. Das ist sehr schön. Aber nicht auf diese Art und Weise, in dem man einfach die Gründe und die inneren mentalen Barrieren einfach weiter so existieren lässt und sich dahingehend verliert und nichts an sich ändert. Das ist traurig. Was glaubst du, hätte oder würde den Menschen helfen? Also für die, die diese 13-Fragen-Runde nicht gesehen haben, die vermutlich ein besseres Leben haben, als alle, die es gesehen haben. Da waren fünf, nicht alle waren adipös, aber manche hatten, am Ende des Tages war die Botschaft, der Arzt, aka mein Bruder, ist doof und diskriminierend, weil er sagt, dass Übergewicht etwas Negatives ist. Und da sind Worte gefallen, wie, das sei internalisierte Fettfeindlichkeit. Das kann ich kaum sagen, ohne zu lachen, was auch immer das sein soll. und es sei Diskriminierung, wenn auf einem, halt nicht Diagnosezettel, sondern auf einem Zettel beim Arzt, wo man seinen Namen und Alter und eben auch das Gewicht eintragen muss, und dem folgt quasi eine ganze Community, die sozusagen sagt, ja, wir stehen, wir werden auch diskriminiert, nur weil wir adipös slash zu dick sind. Die sagen wir nicht mal übergewichtig oder zu dick, sondern mehrgewichtig. Auch das ist ja auch, das Wort alleine ist, in dieser Sendung hat niemand Übergewicht gesagt, sondern es gab nur das Wort Mehrgewicht. Und auch in der Anmoderation, da war ein adipöser Mann, der im Intro die Story erzählt hat, mir ging es immer schlecht, ich war immer adipös, dann habe ich von Body Positivity gehört und habe gemerkt, ich habe ja gar kein Problem, ist ja alles gut. Da sagt man so, die WHO sieht das anders, alle Studien der Welt sehen das anders, so Frauen und Attraktivität sehen das anders. Das ist ja so ein Riesenthema. Also man kann doch nicht einem jungen Mann erzählen, du bist gut, so wie du bist mit 200 Kilo und die Gesellschaft hat das Problem, aber dann sind auch die Frauen doof, weil die sehen gar nicht deine innere Werte. Das ist doch abstrus. Man soll mal in die Realität ankommen. Menschen sind, wie sie sind und das hat ja auch eine biologische Funktion, dass man einen in dem Sinne gesunden Partner möchte, der äußerliche attraktive Merkmale hat, um gesunde Nachkommen auf die Welt zu setzen und das ist völlig okay und dafür darf man niemanden verachten. Da gibt es halt dieses Denken von Charakter ist das A und O, das ist doch das Wichtigste und es ist halt in vielen Fällen nun mal nicht so, dass aussehenlich schon sehr entscheidend und ich kann an dem entsprechend für diese Menschen halt nur, wie soll ich es sagen, irgendwie ein bisschen so Mitleid äußern, Mitgefühl besser gesagt, weil letzten Endes passiert das aus einem Hilfeschrei heraus, wie ich finde und man möchte ja daraus aus der Not eine Tugend machen, aber in meinen Augen ist das halt so nicht richtig, auf diese Art und Weise das zu publizieren. Ja, Mitgefühl ist halt ein hohes Gut sozusagen. Die Frage ist, finde ich für mich immer, wo fängt die Eigenverantwortung an? Also wenn man zum Beispiel als adipöser Mensch in so eine Sendung geht und sagt und halt die Leute angreift, die sagen, Übergewicht sei gesundheitsschädlich, so das war die These. Das ist halt abstrus, dass man sich selbst das hören, also sieht, wie man das sagt und nicht sagt, da habe ich Quatsch erzählt. Das ist für mich nicht verständlich und alle Menschen glauben, dass sie auf der guten Seite stehen. Es gibt keine bösen Menschen. Jeder kämpft für die gute Seite aus seiner Sicht, aber aus meiner Sicht braucht halt diese Eigenverantwortung, die Fähigkeit zu reflektieren und zu sagen, stehe ich wirklich auf der guten Seite oder bin ich fucking blind beziehungsweise mache mich selbst blind? Und im Beispiel dieser Sendung war das aus meiner Sicht sehr, sehr eindeutig. Du kannst auch nicht sagen, ich bin hier, keine Ahnung, krebspositiv und sagte, das ist doch alles doch was Positives, weil unser Leben wird kürzer und wir können Chemo machen und brauchen nicht mehr Arbeit. Wie geil. Kann man so sehen, scheint mir halt abstrus zu sein. Also ich hoffe nicht, dass wenn die Leute, die für Bodypositivität einstehen, in dem Fall für stark adipöse Menschen uns jetzt verreißen wollen, aber es ist ja so, ich habe ja gesagt, ich verstehe, warum man das macht und grundsätzlich ist es ja gut, an seinem Selbstwert zu arbeiten, aber du kannst dich auch nicht, meiner Meinung nach, selber lieben, deinen Körper lieben, je nachdem, wenn es einfach unästhetisch ist, wenn es schon deformiert ist, wenn es zu viel des Guten ist, wenn du jetzt ein paar Kilo zu viel hast, noch weiblich bist oder in dem Fall männlich, recht muskulös, athletisch oder in dem Fall, so ein Waschbärbauch ist okay, aber irgendwann ist es zu viel des Guten und dann kann man das halt nicht als schön darstellen, weil es gibt schon eine Norm, die wir Menschen evolutionär gesehen haben, was wir schön finden und nicht und das lässt sich nicht leugnen, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht und wenn es aus Gründen nicht so ist, dann hat es auch viel mit den, natürlich Glaubenssätzen zu tun, mit der psychischen Verfassung oder mit dem eigenen Selbstwert und das muss man sich einfach eingestehen, Wahrheit tut weh. Ich glaube sogar, dass es Menschen gibt, die das schön finden. Artfetisch? Genau, würde man sagen, eine Artfetisch. Das weiß ich, ja. Das weißt du, wenn du grinst. Okay, interessant. Willst du darüber sprechen, lieber John? Ja, klar. Ich habe auch schon Frauen erlebt, die mir geschrieben haben, die darauf stehen, die das halt attraktiv finden, einen Mann, der halt adipöser ist, in dem Sinne diese Massen mit sich bringt. Und ich denke mal, viele gibt es da auch, die sich nicht trauen, das auszuleben. Ja, wenn man das möchte, dann in meinem Fall kommt es mir zugute. Dann sage ich, go, go girl. Ja, das ist natürlich, das ist ja ganz spannend, weil das macht ja natürlich auch, dass wenn du, das ist ja sozusagen die Influencer-Falle, wenn man mit einem Statement, also alle Influencer, die jetzt groß werden, die letzten Jahre groß geworden sind, sind immer in der Nische groß geworden. So, die haben eine bestimmte Botschaft, wie zum Beispiel, keiner muss viel arbeiten und dann kannst du, wirst du erfolgreich, kannst Ferrari kaufen oder du, wie auf diesen adipösen Influencern, den Body-Positivity-Influencern, sozusagen, du bist gut, so wie du bist und die Welt ist das Problem. So, dann versammeln die diese Menschen um sich, die alle sagen, die Welt ist das Problem und im Prinzip sind die so, aus meiner Sicht, so wie der Klassensprecher der Community. So, die folgen häufig ja nicht dem Menschen, weil dieser Mensch so spannend ist, sondern weil die Botschaft des Profils ist, die Welt ist doof, ihr seid gut. So, und wenn der Mensch jetzt merkt, scheiße, vielleicht habe ich da falsch gelegen, dann bringst du quasi deine ganze Community gegen dich auf. So, das heißt, in deinem Fall bist du sozusagen in der, nimm jetzt mal diesen Fetisch, so, dir folgen jetzt ein paar Mädels, die einen Fetisch für übergewichtige Menschen haben. So, wenn du jetzt ganz schlank wärst, werden die auf einmal weg. Habe ich aber mehr Auswahl. Also mehr Auswahl wie die andere, aber das ist ja nur so die Spitze des Eisberges, aber potenziell, sozusagen, ich glaube, da bist du ganz clever positioniert, wenn du sagst, hier, das ist mein Weg, aber, wenn du das nicht tun würdest, wären potenziell alle, wenn du sagst, ich bin adipös und stehe dazu. So, dann nimmst du auf einmal ab, ja, scheiße, weil dann die ganzen Leute wollen ja bei dir bleiben, weil du dazu stehst. Genau. Und du kannst quasi als Influencer, und ich glaube, das ist das, was ich sagen will, ist, die meisten Influencer können ihre Meinung nicht ändern, weil die mit einer Meinung groß geworden sind und dann sind die halt in der fucking Falle. Ja, die haben sich ja da regelrecht auch eine Marke aufgebaut, die ganzen Follower und je nachdem halt auch, vielleicht haben die Werbedeals und Sponsoren und man möchte sich dann dann auch aufgrund dessen das nicht eingestehen und man identifiziert sich damit und man versteckt sich dann auch dahinter und dementsprechend ist es dann auch so eine Art, wie soll ich sagen, Teufelsspirale, in der man gefangen ist, aufgrund dieser Sachen. Und dann gibt es ja auch viele, die genauso denken und dann die auch pushen und positiv bestärken und dann denkt man sich, ja, das ist die Wahrheit und genau so hat das auszusehen, ohne gewisse biologische oder psychologische Dinge sich einfach mal vor Augen zu halten, dass es doch so nicht sein kann, dass man Übergewicht schön heißt, obwohl man das verändern kann, vor allen Dingen massives, krankhaftes Übergewicht. Von mir aus heiße 10, 20 Kilo, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, 10 Kilo zu viel, heiße das gut, ist jetzt nicht gesundheitsschädlich und sieht auch in vielen Fällen sehr ästhetisch aus, aber doch nicht krankhaft, massives Übergewicht. Ja, aber den Gedanken wollte ich eigentlich noch zu Ende machen. Also ich glaube, dass es für jede Körperform gibt es jemanden, der die Körperform wirklich geil findet. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. und die sollen das machen, wie sie wollen. Happy, happy. Aber für mich fängt es da an, sozusagen toxisch, um dieses wunderbare, moderne Wort zu nutzen, wenn jemand sagt, Moment, das, was du jetzt schön findest, lieber Benjamin, ist falsch. Du musst das so schön finden. Du musst auch akzeptieren, das schön finden, wenn jemand 20, 30, 40, 50 Kilo, 100 Kilo zu viel hat. So, nee, ich finde schön, was ich schön finde, du findest schön, was du schön findest, jeder macht sein schönes Leben. Und dieses Aufzwängen von Meinungen, das ist da, wo das Problem anfängt. Gibt es eine Idee. Ihr könnt es, was ihr wollt, so viel wie ihr wollt. Wenn ihr das geil habt, happy, happy. Aber dann zu sagen, das sei nicht gesundheitsschädlich, so, das stimmt ja dann nicht. Und da ist so das Problem. Ansonsten, wenn Leute es geil finden, danke, dass du dabei warst. Ich mache ungeskriptet, weil ich Lust habe, mit Menschen zu sprechen, die irgendwie außergewöhnlich sind. Leute, die außergewöhnliche Dinge erreicht haben, aber auch Ecken und Kanten haben, die etwas unkonventionell sind. Und das Konzept ist einfach, ihr habt das gesehen, die kommen hier hin, wir sprechen ohne, meist ohne Vorgangsgespräch, ohne ein Skript. Das Ganze ist uncut, so roh und deutlich, wie Menschen wirklich sind. Mir macht das einen wahnsinnigen Spaß. Ich hoffe, du hattest auch Spaß dabei. Sollte dem so sein, freue ich mich. Wir sind ein junger Podcast und super dankbar über jede Bewertung auf Spotify, YouTube, über jedes Follow. Und vor allem, wenn du Bescheid sagst, hey Kumpels, ich habe hier was gefunden, das könnte euch auch Spaß machen, Frage ist also, welcher deiner Freunde wäre ein richtig begeisterter, ungeskriptet Zuschauer. Ich freue mich auf deine Empfehlung und wünsche dir alles Gute.